Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nana Wood ist wieder in der Hood und diesmal wieder mit meinem lieben Bruder. Wir haben heute ein Video für euch. Wow. Und zwar ein 10 Arten von Leuten an Fasnacht Video. Jetzt ist nämlich bald wieder Fasnacht und da dachten wir, drehen wir doch mal ein passendes Video dazu. Das ist eine Kooperation mit der lieben Cheyenne. Das heißt, sie macht 5 Arten und wir machen 5 Arten. Das heißt, wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, dann schaut mal unten in die Infobox. Ich habe euch ihren Kanal da verlinkt und auch das Video. So, jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß und los geht's. Na, heute auch. Wok auf Fasnacht? Boah, nee, kein Fasnacht. So, halt, warte. Boah, warte. Schönen Tag noch. Du mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mama? Mama? Ja? Darf ich heute zum Fasnacht? Zum Fasnacht? Nee, also das tut mir leid. Aber die schmeißen du mit Bonbons, weißt du, die gefährlich das ist? Du weißt aber ganz genau, dass die Bonbons tut. Total lecker schmecken. Das ist mir doch egal. Ja, aber meine anderen Freunde, die gehen dort auch alle hin und wir wollten uns dort extra treffen. Du bist nicht die anderen. Du bist nicht die anderen. Oh Mann, Mama, das ist so bescheuert. Was ist das? Was fisch schon? Was fisch denn du jetzt so? Hooh! Uoho! Frohe Fasnacht! I am the one, don't wait your time, don't go! Nur was Fasnacht, ey. Was für Fasnacht, ey? Was meint der Junge? Ich hab keine Ahnung. Ey, ich muss gleich mal auf Handy gucken, was der meint. Und so, jetzt erst mal gucken. Fast nackt. So, hä, was hat denn, hä? Geh mal auf Bilder. Oh, okay, der hat Geschmack, der Junge. Der weiß, was gut ist. So, Leute, das war es mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Es war ein wirklich sehr aufwendiges Video. Deswegen würden wir uns umso mehr freuen, wenn ihr auch noch bei einem zweiten Teil vorbeischaut. Und zwar findet ihr den auf dem Kanal von Cheyenne. Auf jeden Fall ist es in der Infobox verlinkt. Schaut da unbedingt rein. Und ja, jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Habt eine schöne Fastnachtszeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.